November 2002, der Helmut, bei der Geburtsstation, das ist die Mama, der Götter in Wien. Blaus und Funk und Mamora. Ja, und drei Männer. Helmut hat sich schon ein Stück zu haben. Ja, super Unterstützung, die Helmut. Ja, das heißt immer, wenn der Kopf da ist. Auf ein bisschen. Opa, gniebe ich. Das ist immer halb Stunden. Hör mal, Alter Eimi. Haben wir gniebe ich gemacht? Dann haben sie das nächste Tag nicht mehr gegnert. Das war super. Was ist denn da? Das ist ja auch ein E-Bamme, was du noch kommst von hat. Der Eimi hat sich eingeschmiert, oder? Ja. Ich habe irgendwie nur die Bordebank gesetzt. Genau. Du. Die eine ältere E-Bamme ist da nicht mehr. Die Zeit schon wieder. Ja. So, das war der Anfang. Machen wir den Blaus und Sprung? Drei, vier, vier, sieben. Drei, vier, sieben. Jetzt warten wir, wie lange das dauert. Jetzt ist es. Neun. Die ist schon fünf Zentimeter. Jetzt ist es noch ein Thema. Mama, Mama. Wie? Ich weiß nicht, dass es nicht mehr ist. Nicht mehr ist. Nicht mehr ist. Ich weiß nicht mehr. Vielen Dank.